Ich bin Leo Köpp, deutsche Nationalmannschaft, gehen 20 Kilometer ist meine Disziplin. Wir begegnen unterwegs beim Dauerlauf ja immer ziemlich vielen Tieren und auch schönen Pflanzen. Ich würde sagen, jetzt gerade waren es eben drei Rehe, ganz nah bei mir gar nicht scheu und deswegen würde ich sagen, mein Lieblings-Tierbeiner jetzt gerade ist ein Reh. Aber er ändert sich ständig, also man sieht immer wieder neue Sachen, neue Tiere. Ich würde mich mal hinsetzen und mal wieder was trinken wollen mit meinen Freunden. Das ist ja jetzt schon sehr lange her und ich kann mir vorstellen, da bin ich nicht der Einzige, der sich so entscheiden würde. Das wäre jetzt, glaube ich, mein sinnlichster Wunsch gerade, wenn ich mich hinsetzen könnte, mal wieder mit einem eintreten. Zuletzt Urlaub gemacht. Ja, das ist natürlich schwierig jetzt in der Pandemie. Also mein letzter wichtiger Urlaub, der ist schon viele Monate her. Da waren wir für ein Wochenende mit Kommilitonen in Maastricht, weil eine Studentin, eine Kollegin studiert dort und da haben wir sie besucht. Das war richtig schön. Hat mir gut gefallen da.